In diesem Night Vision Upgrade Tutorial bauen wir uns ein Pixel-Effekt ein, ein An- und Aus-Effekt und wir organisieren unsere Instanzen. Und los! Legen wir direkt los. Ab ins Material. Wir müssen einmal nach oben links, weil wir befüllen das UV hier, also die UVs hier. Hier entsteht der Pixel-Effekt. Dazu brauchen wir einmal die Screen Position, dann ein Multiply. Ich drücke M und die linke Maustaste. Und hier erstellen wir jetzt sozusagen unsere Pixel-Pixel-Grafik. Und wir könnten normalerweise hier zwei Werte nehmen und die dann miteinander verbinden, so dass wir dann quasi ein Vektor 2 haben. Nicht nur quasi, den haben wir dann. Und das wäre dann quasi, das wäre unser UV, auch un-quasi. Und das könnte man dann hier hinzufügen. Aber ich mache es mir ein bisschen leichter hier. Ich will nur eine Parameter-Einstellung haben hier. Die nenne ich dann einfach Pixel Scale. Und ich weiß ganz genau, wenn ich hier 32 zum Beispiel eingebe, dann ist das immer 32 x 32. Und das wird dann multipliziert mit der Screen Position. Und das passt mir dann schon. Du kannst natürlich gerne einen zweiten hinzufügen und den dann bei B hinzufügen. So, dann wird es gerundet. Schreiben ist auch nicht mehr so meine Stärke hier. Und dann multipliziert. Das können wir hier hoch tun und dann ein bisschen nach hinten. Danach wird es noch mal geflort. Und dann dividet. Durch das, was wir hier unten eingestellt haben. So, ich mache das mal. Machen wir es mal gerade. So. Das wiederum könnte jetzt sofort hier rein. Aber wir wollen ja auch entscheiden, ob wir diesen Effekt nun nutzen oder nicht. Oder vielleicht nur ein bisschen von dem Effekt. Und deswegen kommt auch hier wieder ein Lerf zum Einsatz. L drücken, linke Maustaste, dann haben wir hier unseren Lerf. Und alles aus dem Divide kommt in B. Und aus der Screen Position, die kopieren wir uns einfach weg. Also unsere normalen UVs von der Screen Position, die kommen hier oben rein. Und hier unten brauchen wir natürlich einen Schalter. Das ist natürlich wieder ein Parameter. Das nenne ich einfach Pixel Blend. Und der kommt dann hier unten rein in Alpha. Wenn es also 0 ist, dann wird A genommen. Es ist also aus. Kein Pixel Effekt. Und wenn 1 ist, dann wird B genommen. Dann ist unser Pixel Effekt voll an. Und wenn du möchtest, kannst du auch 0,5 nehmen. Und das kommt jetzt in die UVs rein. Dann können wir es auch schon testen. Auch hier direkt im Material. Jetzt müsste es verpixelt sein. Ja, und das ist schon unser Standard Pixel Effekt jetzt. Nichts Wildes. Und das können wir dann natürlich auch hier direkt. Ja, ist vielleicht ein bisschen too much. Entsprechend einstellen. Ich hole mal ganz kurz meine Instanz, die sich mal wieder versteckt hat. So, bis jetzt habe ich es immer gefunden. Pixel Blend, Pixel Scale. Auch so ein bisschen besser. Wie wäre es mit 128? Wahnsinnige 128 oder 512. Und so kannst du halt deine Auflösung entsprechend einstellen. Außerdem auch den Blend. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel 128 eingehe und kann jetzt sagen, okay, ich möchte davon aber nur ein bisschen, oh, nicht 1, sondern nach unten, nur ein bisschen verwenden. Das heißt, entweder aus oder die Hälfte vielleicht. Dann habe ich die Pixel und meine normale Grafik. Das wird ein bisschen auffälliger, wenn das kleiner ist. Zum Beispiel bei 32. Du siehst, es ist jetzt nicht mehr so verbuggt wie eben. Bei 1. Hier kann man da gar nichts mehr erkennen. Aber sobald ich die Screen-Werte reinhole, habe ich immer mehr und immer mehr Details und kann so auch dann quasi die, heute habe ich es mit dem quasi, die Qualität einstellen. Also die Details, die hier durchschimmern durch unseren Pixel-Effekt. Was, wie ich finde, auch cool ist. Das kann auch ein schönes Detail sein. Das können wir auch gleich verwenden, um das Ganze auf- und zuzumachen. Beziehungsweise an- und auszumachen. Das ist auch genau die Einstellung, die als nächstes kommt. Und zwar, wie wir unseren Night-Vision-Effekt an- und ausschalten können. Und zwar im Actor, in unserem Blueprint Actor und mit einer Timeline. Jetzt noch eine wichtige Kleinigkeit zum Thema Organisation. Du hast ja schon gesehen, dass es immer unübersichtlicher wird in unserer Instanz. Je mehr wir da reinhauen, desto krasser wird es und desto mehr sind die Dinge auch auseinander. Zum Beispiel Night-Vision-Color. Ja, wo ist jetzt hier der Radius? Das muss ich mir anhand des Namens raussuchen und so weiter. Und da gibt es eine Möglichkeit, das sehr gut zu organisieren. Ich lasse das mal hier drin. Vielleicht kann man es auch direkt sehen. Und zwar möchte ich jetzt zum Beispiel, dass der ganze Pixel-Kram hier zu finden ist unter Pixelate. Und deswegen haben wir hier Gruppen. Und die funktionieren genauso wie in den Blueprints. Ich schreibe jetzt einfach irgendwas rein. So, das ist jetzt meine Pixelate-Gruppe. Und im nächsten kann ich schon sagen, dass er die auch haben soll. Wenn ich jetzt auf Apply gehe, dann wird sich das hier ändern. Und ich habe hier unten schön getrennt meine Pixelate-Features sozusagen und kann die hier verändern. Das Gleiche kannst du dann auch mit allen anderen machen. Jetzt noch eine andere wichtige Sache. Wenn ich jetzt möchte, dass zum Beispiel Pixel-Scale oben steht, dann kann ich die Priorität verändern. Wenn ich auf Pixel-Scale klicke, habe ich hier einmal meine Priorität und kann die einfach auf 1 stellen. Da er hier eine niedrige hat, kann die auf 32 bleiben. Lasse ich einfach so. Ich will eher, dass er unten ist. Und gehe dann auf Apply. Und schon ändert sich das hier. Pixel-Scale ist oben. Pixel-Blend ist unten. Und diese Priorität, die prüft auch in welcher Gruppe sie ist. Das heißt, du hast quasi in jeder Gruppe immer eine neue individuelle Priorität, mit der du arbeiten kannst. Das werde ich jetzt einmal für das gesamte Material machen und dir dann das Endergebnis zeigen. Und so sieht das Ganze aus. Wir haben jetzt einen Main-Folder mit Night-Vision, Desaturation-Level, der Color, der Color-Power und der Overexposure. Alles schön sortiert. Dann haben wir Pixelate, wie eben. Und der Rest ist ein Rim, auch von oben nach unten sortiert. Erst der Texture-Blend, dann die Texture, dann der UV-Scale für die Texture, Rim-Color, der Gradient, also Density und Radius. Und so bist du künftig viel schneller mit deinen Einstellungen. Jetzt wollen wir das Night-Vision-System natürlich noch ein bisschen schöner an- und auskriegen. Und da gehen wir natürlich in unseren NV-Test-Actor, um da die Funktionalität reinzulegen. Du kannst sie dann später einfach irgendwo anders hin kopieren. Wenn du noch Fragen hast, schreib sie gerne in die Kommentare oder natürlich auf Discord. Hier haben wir es natürlich leider nicht mehr so einfach wie eben. Außerdem wollen wir natürlich auch eine Timeline einbauen, damit das Ganze so weich wie möglich wird von der Animation her. Und deswegen lassen wir das erstmal so und bauen hier erstmal die Timeline. Rechte Maustaste. Timeline, die findest du dann hier unten. Die nenne ich dann einfach NV. So, Doppelklick rein. Und hier brauchen wir jetzt erstmal einen Timeline-Track. Und zwar einen Float-Track. Den nenne ich jetzt einfach mal NV. Die Länge ist 0,5. Da kannst du aber selber entscheiden, wie schnell die Animation bzw. der Effekt abgespielt werden soll. Das ist eben jetzt halt die absolute Länge jetzt hier von der Timeline. Und darauf baut jetzt eben alles auf. So, das machen wir auf 0, den ersten. Und Value natürlich auch 0, damit er bei 0,0 anfängt. Und der zweite geht in der Timeline direkt ans Ende bei 0,5 mit dem Value 1. Mehr brauchen wir nicht. Wir können das Ganze jetzt auch noch ein bisschen in die Mitte schieben. Dann sehen wir das so. Und wenn wir jetzt hier beide Punkte einmal markieren, sodass sie blau sind. Und denen dann auch noch sagen, dass die Curve auf Auto eingestellt wird. Dann soll uns das erstmal so reichen. Wenn du möchtest, kannst du das noch ein bisschen hochlegen. Also zum Beispiel, dass es eher in die eine Richtung geht und dann langsamer oder umgekehrt. Wir können es jetzt auch einfach mal so lassen. Ich nehme es mal ein bisschen weiter runter. Ist ja nur 0,5. Das wird schon gehen halt. Ja, und mehr brauchen wir ja auch gar nicht. Dann Compilen und Save nicht vergessen, wenn du in der Timeline bist. Und dann wieder raus. So, starten wollen wir das Ganze natürlich jetzt hier. Und Reverse auch natürlich. Aber das Wichtigste, was wir jetzt brauchen, ist erstmal das, was hinter der Timeline passiert. Den Rest machen wir dann gleich. Zunächst brauchen wir einmal hier unsere Referenz von dem dynamischen Material. Und dann auf Set Scaler Parameter Value. Wenn du einen Scaler ändern willst. Und von der Sorte gibt es natürlich noch andere. Aber wir brauchen natürlich einen Scaler. Und den könnte man jetzt einfach so verbinden. Aber wir wissen ja, dass das Parameter, was wir ändern wollen, eventuell auch andere Werte hat. Das heißt, hier kommt ja jetzt nur 0 raus. Und das geht dann bis 1 hoch. Also quasi anhand der Line. Siehst du ja auch, das Value wird mitgesendet. 0,7, 0,8 und so weiter. Das ist eben das, was hier rauskommt. Und deswegen können wir erstmal nur mit so einem normalisierten Wert arbeiten. Aber das können wir auch sozusagen umschreiben auf einen anderen Wert. Mappen heißt das. Wir mappen das auf eine andere Range. Und zwar in unserem Fall bei der Rim Gradient Density. Und das ist das, was wir hier eingeben müssen. Oder einfach wegkopieren. Das ist das, was ich meistens mache. So verschreibst du dich nicht. Rein damit. Und dann weißt du, das ist der perfekte Wert. So, jetzt wird in dieser Instanz das Scaler-Parameter verändert. Also das hier. Und das wiederum, naja, das steuert ja halt unseren Gradient, wie du schon gesehen hast. Und da das jetzt gerade zwischen 0 und 10 ist oder 0 und 100, was auch immer du magst, kannst du das natürlich jetzt mappen. Und dafür brauchen wir eine andere Note und zwar die Lerp-Node. Rechte Maustaste, Lerp eingeben, Lerp Float. Und das ist genau das, was wir brauchen. Die beiden kannst du schon mal verbinden. Der hier kommt nach unten. Alpha steuert jetzt A und B. Und was A und B ist, das kannst du selbst entscheiden. Ich möchte jetzt gern, dass von 0 bis 1 gemappt wird auf 0 bis 10. Das heißt, er hier geht von 0 bis 1. Und während er von 0 bis 1 geht, kommt hier ein Wert von 0 bis 10 raus. Oder 100 oder was du auch immer eingibst. Und so können wir ganz chillig genau den Wert mappen, den wir auch für unser individuelles Scaler-Parameter brauchen. Geupdated werden muss das natürlich auch. Deswegen kommt das hier hinter. Wir können natürlich unendlich viele jetzt in der Reihe schalten. Ich haue noch einen hinterher. Und zwar unsere Pixel natürlich, wo wir sie gerade haben. Und zwar in den Pixel Blend. So, rein damit. Den könnte ich jetzt natürlich auch hier reinsetzen wieder. Man könnte ja sagen, ey, das ist ja 0 bis 1. Das müsste ja irgendwie passen. Aber ich will genau das Gegenteil haben. Wir starten ja jetzt ohne Pixel. Und in dem Moment, wo ich das Night Vision Gerät sprichwörtlich aufsetze, soll es ja erst verpixelt sein. Und dann wieder normalisiert. Also müssen wir es umkehren. Wir benutzen also wieder einen Lerp. Also same, same. Und sagen hier, das geht von 1 bis 0. Und jetzt werden beide gleichzeitig geupdatet. So, an irgendeiner Stelle muss das Ding aber natürlich an- und ausgeschaltet werden. Und deswegen kopieren wir uns den einfach. Das heißt, wir wissen ja auf jeden Fall, wenn das Ding finished ist, komplett, egal wie rum es nun gelaufen ist, irgendwann wird es ja gestartet und irgendwann ist es fertig. Und wenn es gefinished ist, soll entsprechend die Einstellung getestet werden, hier beziehungsweise gesettet werden. Und natürlich, wenn er startet. Das heißt, an der Stelle ist es so, wir spielen das Ganze vom Start, setten, vom Start abspielen, wenn er fertig ist, auch nochmal setten, weil wir haben jetzt hier eine Weiche und da wird es dann so sein, dass wir sagen, okay, wenn dieser Button hier, also diese Condition, wenn die True ist, dann spielt er das Ganze vom Start weg. Das heißt, wir kommen hier rein und wir prüfen, also wir drücken die Taste N, Bezeihung, wir drücken die Taste N, wir prüfen, wie ist unser Schalter gerade eingestellt, unsere Night Vision. Wenn die aus ist, wird die in Not, also durch den Not in An verwandelt und gesettet. Dann geht er hier weiter. Unser Branch sagt, hey, der ist an, also True, aktiviert unser Night Vision System, also unser ganzes System wird jetzt erstmal aktiviert, es war ja vorher deaktiviert. Dann wird die Animation gestartet und wenn er fertig ist, wird das Ganze nochmal geprüft, weil, wenn das nämlich False ist, also wenn das Ding an ist und hier raus dann ausgemacht wird, er hier gesettet wird und dann unten rauskommt, dann wollen wir es ja nicht sofort ausschalten, sondern wir wollen es erst ausschalten, nachdem er fertig ist. Und deswegen läuft er direkt in Reverse from End, ohne dass er ihn hier berührt in irgendeiner Form. Und das Ende vom Lied ist, wir machen das Ding an, es wird aktiviert, die Animation spielt ab, die ganzen Effekte sehen wir dann und alles ist good to go. Und wenn es an ist, dann stellt er sich hier natürlich auf aus, geht hier unten rein und spielt es wieder von hinten nach vorne ab. Und wenn er fertig ist, prüft er nochmal, was hier los ist und stellt das entsprechend ein. In unserem Fall schaltet er das natürlich dann aus das System. Und das ist jetzt unser kleines, aber feines An- und Aus-System mit Animationen, wo du dann auf dieselbe Art und Weise unendlich viele Effekte in Reihe schalten kannst. Die musst du einfach nur hier hinten dranhängen, mach einfach alles genauso wie ich hier und dann wird es schon laufen. Und testen können wir es jetzt natürlich auch, weil unser ganzer Actor ist ja schon vorbereitet und auch im Level schon. Das haben wir ja alle schon in den anderen Tutorials gemacht. Und natürlich Compile Save nicht vergessen. Nicht so wie ich. So, ich save hier auch nochmal alles. STRG, SHIFT und S. Und dann sind wir good to go. Und wenn ich jetzt in-game bin und N drücke, dann sieht das doch schon mal viel besser aus. Mit dem verpixelten gefällt mir auch, dass man da so leicht durchgucken kann. Können wir mal nach hier hinten gehen. Oder fliegen, besser gesagt. Ja, also mir gefällt es schon richtig gut. Aber es wird noch besser, denn demnächst kommen, bzw. nächsten Mittwoch kommen ja die Scanlines. Dann haben wir hier schön auf dem ganzen Monitor und ich gehe mal eben ganz kurz raus, jede Menge Scanlines. Die kann ich auch mal kurz einblenden. Es gibt verschiedene Scanlines, die man hintereinander weglaufen lassen kann. Dann auch zwei, also eine große und mehrere kleine und die Geschwindigkeit und Größe kann man ändern und, und, und. Genauso wie das sein sollte. Und das kommt halt nächsten Mittwoch. Wenn du es dir jetzt schon anschauen möchtest, dann kannst du das als Patreon tun. Auch alle anderen Upgrades sind für Patreons jetzt schon erreichbar. Damit siehst du es ein bisschen eher und unterstützt den Kanal. Ist also win-win. Würde mich sehr freuen. Und an der Stelle natürlich, wie immer, wenn du irgendwelche Fragen oder Ideen hast, einfach in die Kommentare damit. Wenn du mal Hilfe brauchst, komm sehr gerne auf Discord vorbei. Auch wenn du einfach mal quatschen möchtest oder dein Projekt zeigen möchtest, überhaupt kein Problem. Und ich würde sagen, wir sehen uns wie immer im nächsten Video. Unreal Engineer, out. Outro